hallo und herzlich willkommen die erste session im neuen jahr spielen hier mal gucken was wir machen ich weiß es selbst noch nicht so genau genau aus ehrlich gesagt jetzt nach der winterpause hier jetzt seine rüstung ja gar nicht an ich könnte ihn töten und wir sind hier diese verfluchten hühner so auf die eier gegangen dass wir entschlossen haben die ganzen hühner werden gekillt glaube ich war letztes mal dabei ist mitmachen ja ist auch ein paar hühner kill aber lasst zwei über warum warum ich habe auf meinem blut altar noch genug hühner ach so kannst du direkt mit blut erzeugen nee aber da ist eine farm drauf die geben nämlich so geil ich will das kleine sind glaube ich schon milliarden stacks drin und die kind sie immer kann man es sind ruhe die stille schön das nicht geil ich muss ich habe ich schwefel habe ich es auf deutsch gestellt das hier aufstellen club club und club wir haben keinen so vor irgendwo hatten wir klausel fuhr da hast du schon benutzt ich weiß nicht habe ich das nicht wieder eingesammelt nach dem tod letztes mal keine ahnung ich habe gerade noch mal ein bienen gucken das habe ich lange nicht mehr gemacht bienchen bienchen ich habe gar keine ahnung was da überall rauskommt ne was denn ich habe keine ahnung was kann das appetit oder kann man davon appetit bekommen ja geil appetit appetit los Und dann... Dust. Another one bites the dust. Yay! Ja gut. Ab zur Sludge-Küste. Geil, 24 Redstone kam aus diesem einen geilen Iron-äh... Nether-äh... Redstone-Ohr raus. 24? Nein, du Bitch! Was? so und jetzt gebe ich auch noch mal 4 stacks dust in die siebe das wird auch noch mal ein bisschen redstone geben wir haben wir haben jetzt über 1 stack redstone geil ich wollte nach bienen gucken ist bei denen aus so was haben wir hier wir haben wir unten unseren wie heißt das spoiler da gibt es doch netherrack ja wie wirst du mal wenn du danach guckst kannst du dir nicht so vor kannst du auch wenn du pulver reiser wenn du kohle in den pulver reiser macht aber schon wie sowas wäre mir im hinterkopf geblieben kohle graines nein da ist kohle kohle Melting, Rezzong, Pulverizer... Nö... Man hat... Man hat ein... Sicher! Sulfur, wie gibt's das? Welches brauchst du denn? Von Natura oder von Thermal Expansion? Ich hab's ja auch nicht gedacht. Rezept... Ehh... nein... Nether Quarz-Ohr... Nether Rack... Kohle? Doch, 10% Chance, wenn du's in Pulverizer machst. Das steht bei mir nicht. Doch. Du hast auch Pfeile für durch die Seite vom Pulverizer zu switchen. Ja, Kohle. Nether Sulfur-Ohr... Haben wir Nether Sulfur-Ohr zufällig? Ich weiß nicht, wir... Wir haben ja einiges aus dem Nether rausgeholt, aber wir sind ja auch ständig gestorben hier. Und das ist ja immer... Wir gab's ja Explosionen, gab's ja... Boah, erinnere mich schnell an die Messe, schnell an die Destruction... Destruction-Folge, wo wir zehnmal gestorben sind. Die war echt ätzend. Ja. Melonen... Wir haben ja auch Kürbisse, dann können wir ja Kürbisseleitern machen. Schön. Schreib den anderen mal, dass wir äh... Tauschangebote annehmen für Redstone. Mach das. Weil... doch... über ins Deck, da können wir doch mal ein bisschen was abgeben. Finde ich. Ja... Noch nicht zu billig. Naja, wir können ja uns beratschlagen. Yeah! Oh, geil! Zwei Common Drones und zwei Cultivated Drones. Sehr nice. Ähm, die Kohle können wir trotzdem noch weiterhin normal verwenden, wenn die aus dem Pulverizer kommt, oder? Ja, ich glaub schon. Nein, wieso? Wie sieht's komisch aus? Was... was soll ich umgestellt haben? Was sieht wo komisch aus? Das ist gut. Geht das direkt in Hopper? Ist der Hopper leer? Ja, der Hopper ist leer, das ist schön. Geht das auch direkt in den Pulver Rye? Sehr, sehr gut. Toll, sie geben direkt auf und sagen, ihr braucht ja nix was... äh, wir haben ja nix was ihr braucht. Wom ist denn hier? Dann lass uns, lass uns ne Katze besorgen. Wir sollen uns ne Katze geben. Oh ne, ich bin froh, dass die Nervtöter alle wechseln. Nicht jetzt. Einen Truster brauch ich noch. Ähm, dafür brauch ich... Reaktant-Dynamo. Der ist ja ganz leicht zu machen. Tinkers Alloy Gier. Das wird aus... Bronze Ingress. Und Iron. Da kriegt man schon Tinkers Alloy Gier. Das ist ja einfach. Oh nein, ich bin noch im Cheat Mode. Warum bin ich noch im Cheat Mode? Geht's noch? Elektrum. Wie kriegen wir noch mal Elektrum? Das war doch einfach Silber und Gold, ne? Ne. Ja, vielleicht. Options. Cheat Mode. Warum bin ich im Cheat Mode? Geht's noch? Ah, jetzt... Im Dachschensmelter. Aber es geht ja auch in der... Schmilterie. 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 Gucken wir mal, ob wir da ein bisschen Gold haben, ne? Aber ich glaube ich hier wird Trumpcraft ein bisschen. Crucible Furnace. Machen wir mal so'n Ding hier. Ah, da ist sogar noch Silber. Wuhu. Nur die Hälfte. 7. Silikon Carbid. 7. Hohle Clay und Sand. Kriegen wir das? Boah, bestimmt. 5. 6. 7. 6. 5. 5. Kohle, Clay und Sand. Kohle, Clay und Sand. Kohle, Gay und Sand. Kohle, Gay und Sand. Kohle haben wir schonmal. Wie viel brauche ich denn jetzt davon? 12? War das richtig? Da ist... Da ist ja schon Elektron. Ja. Brauche ich ja gar keinen. Kack. Hier mitnehmen. Scheiß Kack hier. Ja. Funktioniert hier unten das Ding überhaupt nicht oder was? Der, 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 der mal, der... Ne, wie heißt der jetzt? Ähm... Ich spreche nicht aus. Ach hier, der... Sludge Boiler. Ne, weiß ich nicht. Der funktionierte nie. Ich hab's nie hingekriegt. Ich weiß nicht, aber was war. Irgendwissin... ein Affe. Fick dich. Fick dich. Ne, nicht fick dich. Du fickst dich. Du fickst dich. Fick du dich, du. Fick du dich, Schwester. Du sohn einer rötigen Hündin, du. Fick dich so viel mit Personen zusammen. Mit Personen? Ja. Personen, die einen, 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 äh... rudimentären Sprachgebrauch haben. Oder vielleicht sind es auch die Personen, die ich äh... Äh... Kinsey? Ja, bitte? Was hast du denn hier genau... Warte, ich guck mir das Ganze jetzt mal an. Ach das. Ich hab 30 Elektronik. Warte. Hm. Ah, reicht auch. Locker. So, die behalte ich im Inventar, ist ja sowieso alles leer. So, Jetpack, was brauch ich denn noch? Aber verschenk nicht das ganze Redstone, ich brauch jede Menge. Net? Nee, Jet. Redstone Flux Kapazitator, da wird aus einem Hardened Flux Kapazitator gemacht. Und der braucht nicht Invar. Oh nein, Invar. Bleatstone ist einfach. Und dafür brauche ich erstmal so bevor. Bring your Channel Tizer out. Ah, da ist ja nur Toka weg. Da ist er weg. Kommt sicherlich dafür ja keine Angst. Ich glaub seine Aufnahme ist nicht abgekackt hier. Puh. Also da müsste es rauskommen. Da ist Solfurt. Echt 26 Stück. Geile Sache. Wo ist jetzt die Kohle gelandet? Hoppa wahrscheinlich. Ja. Fulverized Coal. Aber die wird nicht... Da wird ja weniger Kohle los. Ne, die kommt hier drin. Gut, die nehmen wir wieder raus. Die brauchen wir nicht mehr. Das ist cool. Oh, ich hoffe ich schaffe das Jetpack heute. Freunde da draußen. Freunde der guten Unterhaltung. Ich will euch nochmal zeigen wie das Jetpack abgeht. Dann kann ich auch weiter fliegen als der Noto kann. So, was soll ich vorbrauche ich hier? Ich will nochmal nachgucken, ob ich noch so ein gutes Gedächtnis habe. Ich will nochmal nachgucken. Ich will noch mal nachgucken. Hm. Wir machen das erstmal. Einfach in Richtung. Ne, ich mach da drei von oder was? Und da brauch ich nämlich auch nochmal. Nee, gar nicht. Braucht er nicht. Okay. Ja, das beruhigt mich schon mal, das ist ja gut. Also gut, dann fangen wir an mit den Leads. Da brauche ich 3 Redstone, für andere brauche ich auch noch 4. 3 Redstone, dann brauche ich schon mal 3, 6, 8, 12 Redstone schon mal. Dann brauche ich 2 Leads, 1 Copper, 1 Sypho, habe ich. Oh, Entschuldigung. Nee, wenn der Nutturka wohl wiederkommt. Ich bin gespannt. Vielleicht ist sein Internet auch tot. Das Problem ist nur, er hat jetzt die Uhrzeit eingestellt. Hm, dann nehmen wir einfach eine Stunde heute auf. Ist ja egal. Passt schon. Ähm, ich hoffe, der hat jetzt nicht unsere ganze Threadstone verschenkt, der Affe. Nein, oder nicht? Super, super. Ein ganzer Stack Redstone, was für ein Luxus, verdammt. Ist das geil. Da hin hin, da hin hin, da hin hin. Du, nee. Du? 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 Einfach Tatsächlich Gut ein Diamant, zwei Elektrom Drei Dinger Elektrom habe ich hier Drei Redstone Zack Und dann haben wir einen Redstone Flux Kapazitator Sehr schön Jetzt muss ich nochmal schnell gucken Redstone Redpink Deep Thruster Die werden nochmal ein bisschen problematisch Ich brauche vier Reaktionsdynamos Bronze Gear Hier Brauche ich dann also Acht Die werden aus Bronze und Copper gemacht Bronze besteht doch aus Scheiße Nein, nicht aus Scheiße Ähm Eieieieiei Kupfer und 10? Ist das Kupfer und 10? Na gut, fragen wir Einfach mal Too many items To many items Ach, genau Was ist es? Was ist es? Was ist es? Was ist es? Ein bisschen größer Leuch Schön Da Zinn Zinn Ja, Zinn Zinn und Pupps Sehr schön Zinn haben wir jede Menge Habe ich sogar in den Tja Wenn ich Glück habe, ist noch was in der Schmilze Oh, kacke Ich bin ja fast am Verhungern Ich bin ja fast am Verhungern Ich frag mich aber doch so langsam wo der Motorkarriere ist Oh, der Mulzi will da di Penney Na, die Mulzi will da wie Penney Dann machen wir das nochmal schnell Ich darf nur mal für die Beine Oh, da hatte sie ja irgendwas geracht Aber wir hatten ja nix, das euch interessieren kann Was so nichts Das war auch von mir. Naja, nicht so wichtig. Ähm, was er hätte? Zinn und Copper. Wie geht mit dem Ardite in der Zeit gar nichts? Äh, Crushed Copper mit zwei Copper Org Level 50. Wie geht mit dem Block auf Copper? So viel brauchen wir da nicht. Ich mache mal... Das würde da nicht reichen, ne. 50, sonst werden da mal 100. Ja, gut. Vielleicht bin ich ja mal so nett. Nach dem Lutoker auch noch mal so nett. Das geht weg. Bin ich so nett? Nicht wirklich so nett. In der Zwischenzeit können wir uns ein neues Zinn besorgen. Wir haben ja noch irgendwo was, ne? Aber vorher will ich mal gucken, ob das System hier Gravel sieht. Ja, tut es. Sehr schön. Auch die anderen? Nein, wieder nicht. Das ist echt ein laufendes Problem hier. Hä? Jetzt doch. Ist das so ein Anzeigefehler? Muss ich nur warten. Ne, hier ist zum Beispiel nichts drin. Was mich wundert, weil es ja der erste, der angeschlossen ist. Ist... Na gut, machen wir es ein bisschen manuell. Ich mach's jetzt wieder manuell. Ich mach's jetzt wieder manuell. Gravel, Gravel, Gravel. Alles klar. Dann geht's ein bisschen schneller. Kriegen wir mal ein paar Diaz. Wie viele Diaz haben wir denn? Fünf. Brauchen wir aber eigentlich gleich. Wie sieht das eigentlich mit Smaragden aus? Silber und Blei. Warum hat der Edelstern ja nicht danebeneinander gemacht? Mensch. Da hat's aber 50 Smaragden. Ich könnte so viel autonomes Activator machen, dass der Server crasht. Hm. Besser nicht. Oh, wir haben Zin zum Kotzen viel. Zin zum Kotzen viel. Silber. Wir haben Platin ohne Ende. Ähm. Ist das Stein? Stein haben wir auch immer. Wir haben... Quicksilber. Quicksilber, ganz viel. Das scheint mir... Quarz zu sein. Also Quarz. Was ist das? Ich will aber nicht blau. Vielleicht nicht scharf oder so. Magenta-Farben. So, was wollen wir eigentlich? Wir wollten uns nur beschäftigen. So lange der... Ah, links läuft. Naja. Prozess beim Schmelzen. Machen wir noch ein bisschen Zinn. Zinnzeug. Zinnsoldaten. Boah, da sind ja auch noch mal ohne Schreiz. Ich hab aber das Gefühl da mit Schanklobe eingebauten. Ich sehe da Weihnachten. Boah, das wäre einfach gut. Hallo? Braucht man nicht. Kupfer. Kupfer kann ich auch kaufen. So, was ist das? Ja. Ja, das habe ich schon... Ja, das habe ich schon... Ich habe echt keine Ahnung genommen, was die Aufnahme schon geht. Wir haben ja eigentlich die Regel, dass wir noch eins ganz einfach nur in den Topf hat. Sonst wird es heute halt keine Upmod geben, weil ich schneiden muss. Regeln sind Regeln. 60 Engels. Gut, dann brauch ich jetzt mal 30 Tim und alles ist gut. Hatte ich nicht Tim Gravel? Ja, da. Jetzt. Ja, eine Ladung. Wie eben. Dann hab ich doch theoretisch 60 Engels. Dann hab ich 60 in die Bronze. Sehr schön. Also zu zweit macht es mehr Spaß. Ehrlich gesagt. Hier Leute da draußen. Sonst kommt doch mal raus den Server. Haha, dafür darf ich nicht. Tut mir leid. Georgina, möchtest du auch noch was sagen? Hallo. Das ist Georgina. Die ist bei mir zu Gast. Die haben gerade Pokémon Session. Hast du ja ein tolles Pokémon gefangen in eure Pokémon Session? Ja. Ja, was denn? Ja, sag ich mal. Ja, sag ich mal. Ja, sag ich mal. Renate? Renata. Was ist das? Ja, aber was ist das für ein Name? Das ist aus der ersten Minute. Echt? Wie heißt der? Ja, doch. Renata. Renata. Ist das nicht der Name, den ich mir gegeben habe? Ja. Was, der heißt? Renata? Guck mal, komm mal laut. Nichts nicht auf. Ja. 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 Toibchen. Switch. Ja. Ja. Switch. Und Fox ist da. Na gut. Den wollen mich auf die Name lassen. Ich bin sonst alleine. Mit meinen Zuschauern. Ja, ich... Ich hoffe, der Nutucker kommt heute wieder. Habe ich das schon erwählt? Ja, habe ich schon. Ähm. Das tut mir leid. Ich muss mal in seinen Kommentaren überall reinschreiben, dass seine Zuschauer jetzt auch heute bei mir gucken können. Die können auch gleich bei mir weitergucken. Sowieso ein hässliches Texture Pack. Was? Was glaub ich gedacht? Oh, Prost! Wieso nur 1,80? Das müsste doch jetzt... Na gut, vielleicht wird das so 1,5 hin jetzt oder so verschmolzen. Das ist jetzt wirklich unten. Ja, das ist 81. Gut, dann muss ich jetzt leider noch ein bisschen da rumstehen. Und Kupfer basteln. Eigentlich könnte ich da lieber noch ein Basen bauen. Das geht schneller. So neunmal kann ich das machen, sind es genau 81 Stück. Das ist Nummer 2. Zur Zeit spiele ich viel Minecraft auf der Playstation. Ich weiß gar nicht, warum mir das so viel Spaß macht. Ich glaube, ich spiele Minecraft einfach viel lieber mit dem Joystick. Das macht irgendwie Spaß. Mit dem Joypad. Mit dem Joystick. Und das ist Vanilla. Ohne Mods. Hm. Ohne Mods? Stellt euch das vor. Ich spiele seit Jahren Minecraft. Eigentlich geht das gar nicht, dass ich ohne Mods spiele. Weil... Beziehungsweise fand ich das immer sterbend langweilig dann. Aber ich muss doch dazu sagen, es läuft flüssiger. Und ein Minuspunkt kriegt es auf der PS3 aber schon bei mir. Weil die Karte ist nur genau eine Karte groß. Die Karten, die man sich selber basteln kann mit dem Kompass. Mehr ist da nicht. Mehr kann man nicht entdecken. Ich war heute einkaufen. Ich habe die PS4-Version angeguckt. Und da kann man wohl noch weiter gehen. Weil das mehr Rechenleistung ist. Aber eigentlich... Ich verstehe das nicht. Die Playstation hat eigentlich nur noch Power. Du musst das eigentlich kriegen. Der Neta! Weißt du wie groß der Neta ist? Ich rede rein. Der ist wieder da. Ne, nicht mal. Nicht mal. Eine Neta-Festung ungefähr. Nicht mal. Ja. Und dann hast du Bedrock. Kommst nicht weiter. Ja. Also Leute. Wenn ihr draufsteht in Minecraft weitläufige Areale zu haben. Und da weit rumzulaufen und alles zu erkunden. Oh, das soll ich nicht spielen jetzt mal. Das macht trotzdem Spaß. Ist komisch, oder? Ja. Also man kann zu zweit auf einem Bildschirm spielen. Das ist ganz witzig. Das ist echt ein Vorteil. Splitscreen. Ich mach ähm Kupfer. Nee, der quatscht nicht Kupfer. Ich mach Ronson. Das brauche ich für einen Jetsack. Nee, nee. Die hab ich schon. 1989 bei den Olympischen Spielen. Da war ich sie. Mh. 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 Mal wieder einen Schuss in den Ofen! Yes, genau! Willst du mal sehen, wie ich mir ein Jetpack mache? Das dauert aber lange. Das dauert noch ewig. Eigentlich ist es mal so verwandelt durch Flöckern. Ja, ja, aber jetzt hast du es live. Live! Und in Farbe! Also wir haben mir too many icons. Ja, so wie kann man nur schwarz-weiß. Also ich muss jetzt erstmal die Reaktant-Dynamos machen. Dafür brauche ich erstmal die Bronze-Zahnräder. Und... Ist das bei Chopper? Ja, Chopper. Coppa-Capa? Chopper auf Englisch. Jodi Chopper. Hab ich eigentlich noch Coppa hier? Ich weiß aber, dass du Chopper hast, oder? Ich weiß grad nicht. Ach, ja klar. Ein Stück. Oh, entschuldige. Ein Stück doch, warum kriegst du das? Ja, ein Stück. Ich weiß nicht. Der Rentier doch noch. Der wollte heute wirklich immer nur mit. 2, 3, 4, 1,5 kurz kurz. 8. Oh, jetzt darfst du wieder. Schreckt mich, Alter, alle heute zu. Ja. Oh, du bist von PS-Fan. Ah. Ich finde das auch. Das ist auch bei den Infizierungen. Am besten für dich und Elch. Mit Elch? Für Elch. Ich so, mal zum Chopper. Ja. Oh, fuck. Ich so, ich dachte das war deine Lieblingsserie. Es ist ja auch... Es ist ein Rentier. Nein, es ist ein Elch. Ich hab einen Screenshot gemacht. Es ist ein Rentier, ja, tatsächlich. Der hingestickt. Oh, du hast 12. Weißt du Lieblingsserie, oder weißt du... Verzeih den Leuten doch auch mal ihre Dummheit. 3. 3. Ähm. Jetzt hab ich die... Ey, Jetpack. Fast hab ich den Faden verloren. Ah, das ist echt ein Problem jetzt, dass ich nicht weiß, wie lange die Aufnahme geht. Aber das ist... Naja. Kacke. Falls ihr wissen wollt ihr hier, Wind, er wird auf meinen Kanal ein Video gestalten. Whirlwind? Die Beschreibung auch noch. Ich hab doch eine automatische Beschreibung. Ja, ne? Muss ich umstellen. Aber nur für diese Folge. Okay. Ähm. Bronze... Redstone Transmission Coil. Wie ging der dann nochmal? Na ja, Silber und... Redstone. Haben wir ja genug jetzt. Und Silber hab ich Gott sei Dank rüber gelassen. Da brauch ich dann 4 von, theoretisch. 1, 2, 3, 4. Und... Redstone. 1, 2, 3, 4. Oh, fuck. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. Ja, das machte, ne? Scheiße. Was, zählen? Ist Mathe? Scheiße, dann kann ich das ja gar nicht. Das kannst du überhaupt nicht. Aber ich mach immer die Scheiße, dass ich Shift drück. Und jetzt hab ich mir schon wieder mehr gemacht. Naja. Kann ich mir den Nuturka auch noch irgendwann einmachen. Aber nicht sofort. Ich will zuerst da mit dem Fliegen. Ich werd's einfach ignorieren, wie lange ich heute aufnehme. Schneißen wir denn zusammen, ich will unbedingt den Facette wegwerdich haben. Special-Folge. Ja, Special-Folge. Ach ne, kann ich gar nicht, denn ist ja der Nuturka sauer. Scheiße. Der Sternzeichen Penis von mir kommt ja klar. Der Sternzeichen Penis, ja. Die Deutschen haben vorher auch schon mal ein bisschen zusammengeschmackt. ähhhhhhh Ich kann bipolarzen, hört ihr das an. Ganz toll kann ich das. Wunderbar! Inwardier. Ach jetzt, mein Schatzi ja auch da, hey! Der Drucker ist weg, weiß ich nicht. Er hat mich einfach verlassen. Er hat mich verlassen. Ich bin doch da. Also ich glaube, ich muss gleich die Aufnahme beenden. Ich muss die Aufnahme gleich erstmal beenden. Eins, davon brauche ich vier. Zwei, drei. Die mache ich nochmal eben schnell. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Ich denke, wir sind gerade endlich eine Sauber. Ja, das weiß doch sowieso die ganze Welt. Doch, wir haben jetzt zwei E. Ganz toll, nur noch ein fucking Iron hier drin oder was? Oh man, dann bleibt das jetzt mal kurz da drin. Ich gehe zu dem Deconstructional. Draft Dexation. Ich mache das klein. Komm rein. Können Sie sich heute gern Geheimnis machen? Okay. Ich bin Batman. Ich bin Batman. Ich bin Batman. Ich bin Batman. Ja, ich muss hier sicherheitshalber die Aufnahme wenden. Ich habe glaube ich schon Überlänge. Und der Nutrucker wird ganz böse mit mir sein, wenn ich länger aufnehme und der Computerprobleme habe. Aber trotzdem, vielen Dank fürs Zuschauen. Und ich bin mir sicher, nächste Folge schaffe ich es, mein Jetpack zu machen. Und dann kommt ihr mir zu sehen, wie ich mir die ganze Insel von oben angucke und endlich mal mein Turm weiterbaue. Und die übrigens richtig geil aussieht. Mein Turm ist der Hammer. Zieh dir das rein. Ja, das will jemand sehen. Das wollen viele Leute sehen. Weil es toll ist. Wunderlicher Turm. Ja, der Turm ist geil. Wenn es jetzt Tag wäre, würdest du auch sehen, was so geil an dem Turm ist. Das ist nämlich ein Farbverlauf drin. Lila, Blau. Na gut, es ist kein Farbverlauf. Aber es sind trotzdem stimmige Farben. Und es passt zu Turmcraft. Und das ist nämlich Sache bei dem Turm. Ich muss nur noch einmal Bäume einbauen. Ich muss los. Macht's gut, Jungs, Mädels. Tschüss. Tschüss.